Ein herzliches Willkommen zurück zu dieser neuen Folge von Trains in World 3, der Danny Spieters. Ich war euch ja noch den Rest schuldig, und zwar die Fahrt bis Bremen. Wir haben ja gestern in Delmhorst gestoppt und, ja, würde sagen, wir machen jetzt hier einfach weiter. Wir riegeln die Türen. Nächster Bahnsteig ist Bude. Wir lösen die Bremsen. So, und dann schalten wir langsam auf. Nächste Station, Hude, Anbahnsteig 2. Ach, Mensch. Mensch, wenn du den einmal überdrehst, ne? Vielleicht der Hauptschalter raus. Das ist echt nicht einfach, ey. Wenn du dir zu schnell aufschaltest, er pflicht dir der Hauptschalter um die Ohren. Das ist echt kein Spaß. Lüften haben wir doch an, oder? Ja. Ja. 140 darf die. Jetzt ist die Lüftung an. Warum kühlt der da nicht? Warum sind die Schranken oft nicht so spinn? Habt ihr das gesehen? Die fahren da einfach drüber. Warum sind denn die Türen offen? Hä? Was läuft denn jetzt falsch hier? Was läuft denn die Türen? Gibt es doch gar nicht. Was ist denn hier los schon wieder? Wir fahren mit offenen Türen. Die Schranken sind nicht geschlossen. Aber hey, Hauptsache wir fahren. Was ist das nun wieder vom Geister-Zenario? So, wir halten noch in Hude und in Oldenburg. Von Bremen kommend über Delmhorsthude und Schleswig Oldenburg. So, 3,5 Kilometer noch bis zur vorletzten Station. Ganz, ganz kogisch aus. Vielleicht könnt ihr mir sagen, woran das liegt, was ich falsch gemacht habe. Oder ob das einfach nur ein Backen ist. Ich weiß es nicht. Schauen wir die Leistung weg. Was ist die Weltkriege? Das ist das nicht. Die Weltkriege sind. Das ist ganz kogisch. Und dann sind wir auch schon da. Na komm, nicht einschlafen. Ein paar Meter müssen wir schon noch. So, wir haben die Türen entriegelt. Ich hoffe sie verriegeln sich gleich auch wieder. Und zwar alle. So, wir verriegeln die Türen. So, scheint aber diesmal funktioniert zu haben. Sind alle Türen geschlossen? Scheint so. Wunderbar, dann können wir ja weiter fahren. Bremsen lösen. Und dann geht's los. Bremsen lösen. Bremsen lösen. Bremsen lösen. Bremsen aufzuschalten, ne. Ist wirklich tricky. Und nächste Station, Oldenburg. Endstation. Wunderschön. 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 Nachdem. ister. Wunderschön. Wunderschön. Kaffee Hier sind die Fahrstufe. So, so. In drei Minuten sind wir nicht in Oldenburg, aber das ist nicht ganz so schlimm. Wichtig ist jetzt erstmal, dass überhaupt mal von A nach B kommt, finde ich. Ein bisschen ruhiger werden hier. Ein bisschen zu schnell. Das ist nicht gut. So, 11 Kilometer. So. 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 Ich habe das auf Seefer gedrückt. Was willst du denn? Sollte Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Alles nicht so einfach. Das muss ich echt erstmal angewöhnen hier. So, dann gleich 60. 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 So, dann gleich 61. Ja, 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 nicht zu sch... Ach, das ist einfach frustrierend. Man will was zeigen, dann geht alles schief. Das ist einfach scheiße. Entschuldigung, das ist so. Ich habe einen Wachsamkeitstaster gedrückt und trotzdem schnallte mir eine Zwangserei. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Das ist einfach nur frustrierend. Das ist wirklich nur frustrierend. Ach, jetzt bleiben wir schön bei 40. Weil vielleicht kommt mit Sicherheit 500hz von genäht. Wenn wir da wieder zu schnell sind, dann gibt es die nächste Zwangse. Bleiben wir einfach da, wo wir jetzt sind. Dann passiert nichts mehr. Zu spät sind wir auch. Das ist jetzt auch egal. Das ist auch egal. Das ist ja egal. 4.6.12 10.7.30 Hier steht noch ein IC und wartet auf Abfahrt, da drüben genauso. Wir sind locker sieben Minuten zu spät, aber das ist jetzt auch Jacke wie Hose. Wenn man einmal zu feste bremst, ist das doch gar nicht. Das ist echt nicht mehr normal, echt nicht. So, es war saunmäßig zu spät, aber naja, so ist das dann halt, da kann man nichts ändern. So, ob ich noch Gold bekommen, ist die andere Sache. Ne, ich bekomme gar keine Medaille, das ist nicht gut. Naja, ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, macht wie immer gar nichts, wieso bleibt mir treu. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ey, der ist die Tür noch offen. Alter! Egal. Ja, jetzt eilig, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, macht wie immer gar nichts, bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal, bis zum Wochenende, machts gut, ciao, servus und tschüss, euer TheDannySpieters, haut rein, bye bye, bis dann, machts gut!